Hallo, Kirk Junge hier vom golflernen.net. Heute können Sie entscheiden zwischen ein komplizierter Schwung lernen und ein einfacher Golfschwung. Und Sie können entscheiden, welche logischerweise sieht einfacher aus und welche sieht kompliziert aus. Das hier ist die Nummer eins Spieler der Welt, Dustin Johnson. Und Sie können schauen, ich habe den Schläger am Start den Winkel vom Schläger markiert mit einer roten Linie. Und das würde ich auch mit anderen Spielern auch so machen. Wir schauen nur, wie sein Schläger bewegt durch den Laufschwung hier. Und Sie können dann entscheiden. Ausholbewegung kann man sehen. Der Schläger ist jetzt auf einem neuen Winkel. Können Sie sehen da. Ziemlich weit weg, von wo er gestartet hat. Auf diesem Winkel. Aber das ist bekannt, das wollen die so machen und machen die meisten die besseren Spieler so. Das wird auch so bei jedem Trainer in Deutschland so gelehrt. Sie sehen, er steht ziemlich genau auf dieser Linie noch. Oben ist er hier. Ein bisschen anderen Winkel. Wir schauen, wie das hier runter kommt. Noch ein Winkel. Wenn Sie schon mal auf dem Ausholbewegung gearbeitet haben, dann wissen Sie, wie schwierig das ist. Können Sie das weg. Ein neuer Winkel. Und nicht so weit, von wo er gestartet hat. Aber Sie können sehen, dass der Schläger war auf vielen verschiedenen Winkeln durch den Schwung. Und er hat das unglaublich super zurück zum Ball gekriegt für einen perfekten Schlag. Und meiner Meinung ist, dass die meisten die Leute haben keine Chance, das im Leben zu lernen. Und wenn sie über 30 Jahre alt sind und haben das nicht als Kind gelernt, dann denke ich, das wird niemals passieren. Aber wir schauen anderen Schwungen auch gleich. Geht weiter. So, hier ist Bryson DeChambeau. Er ist einer der beste jüngeren Spieler auf der PGA Tour. Bryson spielt genau wie ich unterrichte mit meiner Setup for Impact Golfmethode. Der ist in Ansprechposition, können Sie sehen, mit den Ellbogen genau vom rechten Arm, genau auf die Linie vom Schläger. So, auf die rote Linie. Und das ist genau das größte Geheimnis, wie Sie Ihr Golfspiel viel leichter machen könnte. Aber ich zeige mal den Schwung, genau wie wir mit Dustin gemacht haben. Und Sie können dann sehen, dass der Schläger hier genau auf dem gleichen Winkel ist, wie am Start. Wir gehen auch weiter. Es ist genau außerhalb vielleicht 1 Grad. Es ist jetzt da und jetzt kommt es wieder runter. Brauche ich keine Linie schreiben. Der ist genau perfekt auf die Linie. Und als er runter kommt auch, da kann man sehen, der Schläger ist da. Und da können Sie sehen, Treffmoment ist der Schläger genau da. Und auch im Durchschwung, wenn Sie sehen, der ist ein bisschen hinter der Linie, aber das ist fast perfekt auf die Linie. Zu dem Schwung geht hier hoch und runter. Das ist auch eine Ebene. Das ist viel einfacher zu wiederholen. Das bringt viel mehr Sicherheit. Sie sollen das so bald wie möglich probieren. Sie können auf meiner Website golflernen.net das anschauen und die Ansprechposition und Griffhaltung lernen. Das ist sehr einfach zu machen. Ich zeige gleich eine von meinen Videos, von meinen Schwung, dass Sie sehen können, dass es genau sehr ähnlich ist, wie Bryson das macht. So, hier können Sie sehen meinen Schwung und das ist mein Setup-for-Impact-Aufschwung. Das können Sie vergleichen, was Sie gesehen haben bei Bryson DeChamboa. Aber Sie können sehen, mein Rest der Ellbogen ist genau auf die Ebene Linie vom Schläger am Start. Das ist der Hauptpunkt vom Setup-for-Impact, die Ansprechposition. Wenn das genau richtig ist, dann ist das viel einfacher, den Schwung zu wiederholen. Wir können sehen, nach hinten können Sie sehen, wie nah das an die Schwungebene kommt und dem Abschwung auch. Ich kann eine Linie machen, aber es ist genau auf die Linie. Und das kommt, weil meine Ansprechposition, das erlaubt. Ich brauche nach hinten rotieren, anwinkeln und ich lege es genau auf die Linie. Und hier im Treffmoment sehen Sie auch, genau auf die Linie, wo ich gestartet habe. Das ist genau da. Und das können Sie auch lernen, ganz einfach. Brauchen Sie nur auf der Website das anschauen oder weitere Videos hier auf YouTube. Ich habe viele Videos im Moment, da kommt immer mehr dazu. Ich gebe auch Unterricht im Internationale Golf Club Bonn, St. Augustin. Mehr Infos auf der Website oder unten in Infos unter diesem Video. Vielen Dank und schönen Tag noch.